Wer lügt? Anna, Barbara oder Chris? Heute werden wir es herausfinden. Es geht um die Semantik der Aussagenlogik. Willkommen zurück. Wir haben einen kleinen Abstecher in die Logik begonnen und möchten den noch für ein paar Videos fortsetzen. Mein Name ist Markus Krötsch und wir gehen direkt weiter in unseren Stoff. Auf Semantik. Was ist das überhaupt? Ich hatte es schon mal skizziert. Die Semantik ist die formale Beschreibung der Bedeutung einer Logik. Damit meinen wir in erster Linie nicht, dass wir die Aussagen, zum Beispiel der Aussagenlogik, in Bezug auf die Welt interpretieren. Wir versuchen nicht herauszufinden, ob die Logik etwas über die Umgebung, in der wir leben, aussagt. Das tut sie sicher nicht. Sondern wir finden ein mathematisches Modell dafür, worüber diese Formeln eigentlich sprechen. Das heißt, Logik bezieht sich immer auf mathematische Strukturen. Die Semantik gibt genau an, wie diese Strukturen aussehen und was die Formeln mit ihnen eigentlich zu tun haben. Ich hatte schon ein Beispiel genannt. CSS-Style-Sheets könnten sich beziehen auf Baumstrukturen. Geordnete Bäume, sollte ich vielleicht sagen, weil man bei CSS auch den dritten Kindknoten zum Beispiel auswählen kann, um ihm eine bestimmte Farbe zu geben. Und solche Strukturen sind also die mathematische Grundlage für die Definition der Bedeutung von CSS. Und man kann dann daraus irgendwas entnehmen. Daran merken Sie natürlich auch, dass, wenn ich sage, wir beziehen uns nicht auf die echte Welt, sondern wir beziehen uns auf mathematische Modelle, dass das in der Informatik zunehmend verschwimmt. Da wir ja mit der Software und dem Einfluss, den die Software in der praktischen Welt hat, immer mehr Dinge abstrahieren und mathematisch modellieren. In dem Moment, wo etwas in Software ist, ist es Mathematik. Und dann ist es natürlich auch irgendwo in der Domäne der Logik und leider auch oft nicht mehr in der Domäne der Realität. Ein großes Problem unserer Zeit. Was bedeutet also eine aussagenlogische Formel? Aussagenlogische Formeln beziehen sich nicht auf Bäume, kann ich Ihnen schon mal sagen, sondern auf eine andere Art von Struktur. Atome an sich, wie ich schon gesagt habe, bedeuten zunächst nichts, aber sie können wahr oder falsch sein. Das sind ihre beiden möglichen Interpretationen. Und das ist schon einiges, wenn man das so sagt. Je nachdem, welche Atome wahr sind und welche falsch, ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, die Welt zu interpretieren. Damit meine ich nicht die echte Welt, sondern ich meine die Welt der Logik. Für jede Proposition können wir annehmen, dass sie entweder wahr ist oder falsch. Und eine solche Annahme würde ich jetzt Interpretation nennen. Das kann man einfach darstellen durch Wertzuweisungen. Man hat, was ist eine Wertzuweisung, einfach eine Funktion von den Propositionen nach 1,0, also der Menge, die nur zwei Werte enthält, 1 für wahr und 0 für falsch. Das sind also die möglichen Wertzuweisungen. Die Wahrheit oder Falschheit einer Formel ergibt sich jetzt aus dem Wahrheitswert der in ihr vorkommenden Atome. Das heißt, Wertzuweisungen machen Formeln wahr oder falsch. Und dieser Wahrheitswert der Formel ergibt sich völlig automatisch aus dem Wahrheitswert der einzelnen Atome. Das heißt, der wird nicht festgelegt, sondern der kann ausgerechnet werden. Die Bedeutung einer Formel besteht also darin, dass sie uns Informationen darüber liefert, welche Wertzuweisungen möglich sind, falls die Formel wahr sein soll. Also mit anderen Worten, das, was bei CSS die DOM-Trees sind, die Bäume, sind bei uns Wahrheitswertezuweisungen. Und eine Formel beschreibt mögliche Wahrheitswertzuweisungen. Es wird niemals genau sagen, welche Zuweisung notwendig ist. Ja, es gibt ja unendlich viele Propositionen, wie ich beim letzten Mal schon erklärt hatte. Und natürlich kann eine Formel immer nur für endlich viele irgendwelche Beschränkungen überhaupt definieren. Das heißt, es gibt immer einen bestimmten Spielraum. Wir wissen niemals genau, was die Formel beschreibt. Aber sie gibt uns eine gewisse Einschränkung darüber, was wahr sein kann und was eben nicht wahr sein kann. Okay, das ist die Grundidee. Und das wesentliche Mittel, um das so umzusetzen in der Praxis und um damit zu arbeiten, ist, dass wir irgendwie festlegen, wie man von dem Wahrheitswert der Atome kommt zu dem Wahrheitswert ganzer Formel. Und das ist, wie hier auf der Folie dargestellt, wir bearbeiten mit Wertzuweisungen, die wir mit klein w bezeichnen. Das ist also eine Wertzuweisung. Und das ist eine solche Funktion, wie ich gerade erklärt habe. Und wir können jetzt sagen, eine bestimmte Wertzuweisung w erfüllt eine Formel f. In Symbolen schreibt man das oft so, w mit so einem senkrechten Strich einer Pipe, gefolgt von einem Gleichheitszeichen im Prinzip. Die erfüllt also f, w erfüllt f, wenn eine der folgenden rekursiv definierten Bedingungen gilt. Abhängig von der Form von f. Wenn f ein einfacher Proposition ist, dann erfüllt w f, wenn der Wahrheitswert von f1 ist. Ganz klar. Die wahren Propositionen sind die, die eben auf wahr abgebildet werden. Ich definiere auch gleich mit rekursiv, was es bedeutet, dass w f nicht erfüllt. Das ist einfach der andere Fall. W erfüllt f nicht, wenn der Wahrheitswert 0 ist, also falsch. Warum definiere ich das beides? Naja, weil ich es jetzt schon im zweiten Fall brauche. Wenn f eine Negation ist, f ist gleich nicht g, dann erfüllt w f, genau dann, wenn w g nicht erfüllt. Also das ist das Rekursive an dieser Definition. Ich beziehe mich, um das zu definieren, auf das. Also die Erfüllung von f hängt von der Nichterfüllung von g ab. Beziehungsweise ist geradezu mit ihr Äquivalent in diesem Fall. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Wenn w ist keine Wertzuweisung, die f erfüllt, wenn w eine ist, die g erfüllt, falls das die Negation eben ist. Die anderen Fälle sind hier weiterhin aufgeführt. Nichts davon sollte besonders überraschend sein, wenn f die Form g1 und g2 hat mit dieser Konjunktion. Dann ist natürlich das Modell dann oder ist die Wertzuweisung dann eine erfüllende Wertzuweisung, wenn sie beide Teile erfüllt, also g1 und g2 werden erfüllt. Wenn die Form hier oder ist, dann genügt es, dass g1 oder g2 erfüllt sind. Und im umgekehrten Fall, in der Negation, ist es jeweils das Duale. Also das heißt, nicht erfüllt ist die Formel dann, wenn entweder der erste oder der zweite Teil nicht erfüllt ist und das oder ist nicht erfüllt, wenn sowohl der erste als auch der zweite Teil, also und der zweite Teil, nicht erfüllt sind. Implikation. Der Jungtor, der aller Erfahrung nach Menschen die größte Schwierigkeit bereitet im korrekten Verständnis. G1 impliziert, g2 ist dann erfüllt, wenn entweder g1 nicht erfüllt ist oder g2 erfüllt ist. Ja, also wenn ich sage, falls es morgen schneit, dann baue ich einen Schneemann. Dann ist das erfüllt, wenn es morgen schneit und ich einen Schneemann baue. Ist aber auch erfüllt, wenn es morgen nicht schneit und ich einen Schneemann baue. Es ist auch erfüllt, wenn es morgen nicht schneit und ich keinen Schneemann baue. Nur in einem Fall ist es nicht erfüllt, nämlich dann, wenn es morgen schneit und ich trotzdem keinen Schneemann baue. Und das Letzte sollte intuitiv sein, aber teilweise sind die anderen Fälle etwas verwirrend, weil wir als Menschen manchmal so eine Implikation kausal interpretieren. Das heißt also, wir denken, dass aus dem G1 irgendwie ursächlich das G2 folgt. Und der Fall insbesondere, dass G2 einfach so gilt, obwohl G1 nicht galt oder dass beide nicht gelten, weniger, aber vielleicht vor allem der erste Fall, dass G2 gilt und G1 nicht, der ist uns manchmal etwas unintuitiv. Aber gut, es sollte, wenn man so definiert, sollte es machbar sein, das zu verstehen. Äquivalenz ist wieder relativ einfach. G1 ist Äquivalenz zu G2, wenn entweder beide erfüllt sind, also G1 und G2 ist erfüllt, oder beide nicht erfüllt sind. G1 ist nicht erfüllt und G2 nicht erfüllt. Die Negation davon sieht dann so aus, dass sie unterschiedliche Erfüllungsstatus haben, die also jeweils nicht gleich sind. Okay. Wenn ich hier A oder B schreibe, sollte ich auch noch betonen, dass das Oder immer das einschließende Oder ist. A oder B heißt A oder B oder beides. Das heißt nicht entweder A oder B. Das XOR ist hier also nicht gemeint. Okay. Gut. Das ist also die Art, wie wir rekursiv definieren können, was der Wahrheitswert einer Formel ist, wenn wir den Wahrheitswert der einzelnen Propositionen kennen. Und Sie sehen, natürlich müssen wir, auch wenn W auf allen unendlich vielen Propositionen definiert ist, theoretisch in der Praxis immer nur die Propositionen kennen, die tatsächlich vorkommen in unserer Formel. Das ist auch klar. Okay. Wir können Wertzuweisungen von Atomen damit auch auf Formeln erweitern. Das ist manchmal bequem, dass man nicht diese Schreibweise verwendet, wie ich sie gerade benutzt habe, mit W erfüllt F, sondern dass ich schreibe, W von F ist gleich 1 oder W von F ist gleich 0 oder ist wahr und ist falsch, wenn die entsprechenden Bedingungen gelten. Das ist die Möglichkeit, das hochzuziehen und auch eine naheliegende, denke ich. Und dann kann man auch bequem in Form von Wahrheitswertetabellen, wie man sie nennt, die genaue Bedeutung, die ich gerade rekursiv definiert habe, darstellen. Wie funktionieren diese Tabellen? Na ja, schauen wir erst mal die kleine an hier. Die sagt also, wenn W von F 0 ist und wenn W von F 1 ist, das sind zwei verschiedene Fälle, die ich betrachten kann, wenn ich nur eine Formel F habe. In diesen Fällen ist jeweils W der Negation von F 1 beziehungsweise 0. Also der Wahrheitswert für die Negation ergibt sich aus dem Wahrheitswert der Formel selbst, wie in dieser Tabelle dargestellt. Und das kann man auch für die anderen Jungtoren machen. Da habe ich jeweils zwei Teile, also habe ich W von F und W von G, die ich in vier möglichen Kombinationen antreffen kann. 0, 0, 1, 0, 0, 1 und 1, 1. Und für jede dieser Kombinationen ergibt sich für jede der anderen zusammengesetzten Ausdrücke, für jeden dieser Ausdrücke, ein Wahrheitswert. Und der steht hier in der Tabelle. So funktioniert eine Wahrheitswert der Tabelle. Bei Konjunktion, beim Und haben sie dreimal falsch und nur in einem Fall wahr, nämlich wenn alles wahr ist. Bei Oder ist es gerade andersherum. Und die Implikation hat eben das Verhalten, wie ich es hier gezeigt habe, und die Äquivalenz. Also, sollte nicht allzu sehr überraschen. Wie gesagt, auch das ist, also gerade Tabellen sind natürlich in der theoretischen, in der technischen Informatik ebenso verbreitet und haben sie wahrscheinlich auch schon gesehen. Okay, so kann man also Wahrheitswerte auf Formeln beziehen und das auch noch übersichtlich in einer Tabelle darstellen. Und das nützt uns auch an anderer Stelle, wie wir gleich sehen werden manchmal. Wahrheitswerte von Formeln zu bestimmen, ist nämlich mit solchen Tabellen relativ einfach. Wie ich schon gesagt habe, es reicht, wenn wir den Wahrheitswert der Atome kennen, die tatsächlich vorkommen in einer Formel. Das heißt, nur diese müssen wir angeben. Andere Aspekte der Wahrheitswertzuweisung interessieren uns nicht. Und ich kann dann den Wahrheitswert der Gesamtformel rekursiv aus den Wahrheitswerten der Teilformel bestimmen. Machen wir das mal für diesen Fall hier. Eine Formel, die sagt, P impliziert Q ist Äquivalent zu Nicht-Q impliziert Nicht-P. Das stimmt sogar, ja. Das ist eine Tautologie, wie man sagt. Etwas, was immer wahr ist. Nennt man auch den Kontrapositiv, ja. Also diese Implikation ist gleichwertig mit dieser. Steht hier als Formel. Und ich möchte jetzt für eine bestimmte Wertzuweisung den Wert dieser Formel bestimmen. Mich interessiert der Fall, in dem P gleich 0 ist und Q gleich 1 in ihren Wahrheitswerten. Das heißt, ich schreibe das so auf. Wert von P und Wert von Q sind 0 und 1. Und jetzt kann ich mir die verschiedenen Teilformeln hier der Reihe nach vornehmen. Ich beginne mit den kleineren. P impliziert Q ist eine Teilformel. Der Wahrheitswert ergibt sich, so wie gerade eben in den Wahrheitswertetabellen gesehen, der ist 1, weil aus etwas Falschem darf etwas Wahres folgen. Der einzige Fall, in dem eine Implikation falsch ist, ist, wenn aus etwas Wahrem etwas Falsches folgen soll. Das darf nicht passieren in der Logik. Negation von P, P ist 0, ist einfach 1. Negation von Q, Q ist 1, ist 0. Und damit ergibt sich, dass der Wahrheitswert von nicht Q impliziert nicht P ist der Wert von 0, impliziert 1, ist auch wieder 1, wie gerade eben. Und dann ist die Gesamtformel vom Wahrheitswert 1, denn 1 ist äquivalent zu 1. Und so haben wir also in vielen kleinen Schritten den Wert der gesamten Formel ausgerechnet und das relativ leicht gelöst, das Problem. Okay, also so kann man mit Zwischenergebnissen und auch auf eine Art, wo man sich ganz gut orientieren kann und nicht so schnell einen Fehler macht, so einen Wahrheitswert ausrechnen für einen bestimmten Fall. Lugelei. Das hatten wir beim letzten Video besprochen. Anna sagt, Barbara lügt. Barbara sagt, Chris lügt. Chris behauptet, Anna und Barbara lügen. Wer lügt denn nun? Um so etwas zu lösen, und so ist es bei allen diesen Rätseln, die Sie ja auch von Zeit zu Zeit in Zeitungen finden können, muss man natürlich zunächst einmal verstehen, wie diese Aussagen gemeint sind. Logisch. Und das ist eigentlich der einzige nicht mathematische Schritt dabei. Also die Logik sagt uns viel darüber, wie eine Formel die andere nach sich zieht. Und wir können sie dafür nutzen, das auszurechnen. Aber sie sagt uns nichts darüber, wie wir einen solchen Satz in Logik umwandeln müssen. Das heißt, das hier ist eigentlich erst mal eine Modellierungsaufgabe. Wie würden Sie diese Sätze als logische Formeln darstellen? Und, na gut, dazu brauche ich zunächst einmal ein Vokabular. Ich muss mir irgendwelche Propositionen hernehmen. Könnte ich sagen, das sind drei Propositionen, aber das ist nicht das, was mich weiterbringen wird. Ja, drei verschiedene Propositionen haben keine Beziehung. Ich muss ja irgendwie Logik anwenden. Gibt es hier vielleicht Teilaussagen? Naja, es gibt hier Anna sagt etwas und was sie sagt, ist, dass Barbara lügt. Also vielleicht wollen wir diese Teilaussagen mithilfe von Propositionen definieren. Also Barbara lügt, Chris lügt, Anna lügt sind alles mögliche Dinge, die hier vorkommen könnten. Und dafür führe ich mir jetzt Propositionen ein. Und die kann ich dann entsprechend dieser Sätze verknüpfen. Zum Beispiel interpretiere ich diesen ersten Teil hier so, dass ich sage, Anna sagt die Wahrheit, genau dann, wenn Barbara nicht die Wahrheit sagt. Ja, weil wenn Anna die Wahrheit sagt, dann stimmt es, dass Barbara lügt. Das heißt, Barbara sagt nicht die Wahrheit. Das heißt, Barbara lügt wird hier durch nicht B dargestellt. Anna sagt die Wahrheit durch A. Das ist eigentlich andersrum, als ich es gerade gesagt habe. Also ich habe keine Propositionen für Barbara lügt, Chris lügt und Anna lügt, sondern ich habe welche für Anna sagt die Wahrheit, Barbara sagt die Wahrheit und Chris sagt die Wahrheit. Das macht aber natürlich keinen großen Unterschied. Sie sehen aber schon, hier gibt es eine bestimmte Annahme, nämlich letztlich steckt darin jetzt die Behauptung, dass alles, was Anna sagt, wahr ist, genau dann, wenn alles, was Barbara sagt, falsch ist. Das heißt, es ist vielleicht noch ein bisschen verallgemeinert von dem, was der Satz wirklich beinhaltet. Ja, das können wir jetzt darüber streiten, ob das hier wirklich gemeint war. So eine ganz grundlegende Aussage über die Wahrheitstreue von Anna, Barbara und Chris. Aber gut, brauchen wir aber, sonst wird es nicht gelöst. Barbara behauptet, Chris lügt. Gleiches Schema, B äquivalent zu nicht C. Chris behauptet, Anna und Barbara lügen. Chris äquivalent zu nicht A und nicht B. Ja, wichtig, nicht etwa steht die Negation hier vor der Klammer und fällt hier innen weg, sondern sie steht innen. Ja, Chris behauptet, dass beide lügen, nicht, dass nicht beide die Wahrheit sagen. Das ist ein bisschen was anderes. Okay, so kann man das also in Formeln darstellen und dann kann man über Wahrheitswerte nachdenken. Aber bisher haben wir ja nur darüber gesprochen, wie man für einen bestimmten Fall einen Wahrheitswert berechnet für eine Formel. Jetzt müssen wir als nächstes noch klären, welche logischen Schlüsse wir eigentlich ziehen können. Und das wird auch wieder als, mit Hilfe der Wertzuweisungen gemacht. Wir benutzen hier einen Begriff, der in der Modelltheorie sehr verbreitet ist, nämlich den Begriff des Modells. Eine Wertzuweisung W ist Modell einer Formel F, wenn sie die Formel erfüllt. Es ist also einfach nur eine andere Art zu sagen, die Wertzuweisung erfüllt die Formel oder die Formel hat den Wahrheitswert wahr unter dieser Wertzuweisung, dann nennen wir sie Modell. Wie gesagt, das ist ein sehr weit verbreiter Begriff in der Logik. Nicht alle Anwender, die Logik verwenden, benutzen den Begriff sehr stark. Aber er bietet sich sehr an, wenn man über logische Konsequenzen und schließend sprechen will, wie wir hier. Ist F eine möglicherweise unendliche, das lassen wir einfach zu, Menge von Formeln, dann ist W ein Modell der Menge F, wenn W alle Formeln in der Menge erfüllt. Und in diesem Fall schreiben wir auch W Modell von F. Also diese, das ist einfach eine Verallgemeinerung von einer Formel zu vielen, möglicherweise sogar zu unendlich vielen. Das muss uns nicht weiter berücken. Gut, das ist also das, was ich mit Modell meine, eigentlich nur ein anderes Wort. Und was ist jetzt eine logische Konsequenz? Die logischen Schlussfolgerungen aus einer bestimmten Formel oder einer bestimmten Menge von Formeln ergeben sich mithilfe der Modelle. Sei F eine Menge von Formeln. Könnte auch nur eine Formel enthalten, wenn wir nur eine Formel interessant finden. Es könnten aber auch mehrere sein. Sei F also eine Menge von Formeln. Eine Formel G ist eine logische Konsequenz aus F, wenn jedes Modell von F auch ein Modell von G ist. Also wenn die Menge der Modelle von F eine Obermenge der Modelle von G darstellt. Das heißt, unter der Bedingung, dass alle Formeln in F wahr sind, muss auch G wahr sein. Es gibt keine Modelle für F, die nicht G wahr machen. Und deshalb ist G eben eine logische Konsequenz. In diesem Fall schreiben wir auch wieder mit dem gleichen Symbol F hat G als logische Konsequenz. Oder besser im Deutschen zu sagen, G ist eine logische Konsequenz von F. G folgt aus F. Und da sehen Sie, hier verwenden wir das Zeichen ein bisschen anders. Hier verknüpfen wir eine Wertzuweisung mit einer Formel oder Formelmenge. Hier verknüpfen wir jetzt Formeln mit Formeln. Semantik zu Syntax, Syntax zu Syntax. Das ist eine leicht andere Art zu lesen. Aber es eignet sich, dasselbe Zeichen zu verwenden. Und Verwechslungen sind in der Regel unmöglich, weil wir wissen, womit wir es zu tun haben. Okay. Die Formeln in F schränken also, wenn man es so sieht, die möglichen Interpretationen ein. Je mehr Formeln wahr sein sollen, desto weniger Freiheiten gibt es bei der Wahl der Modelle. Das ist, denke ich, ganz intuitiv. Je mehr ich fordere, desto stärker schränke ich die Möglichkeiten ein, die man hat, um alles davon wahr werden zu lassen. Und G ist dann also eine logische Konsequenz, falls diese Implikation gilt, wie ich sie gerade schon mal erklärt hatte. Falls F, also wenn, falls alle Formeln in F wahr sind, dann ist G auch garantiert wahr. In allen diesen Situationen, in allen diesen Wertzuweisungen gilt G. Okay. Gut, das ist die Idee der logischen Konsequenz. Die Unvermeidbarkeit der Wahrheit bestimmter Ausdrücke unter der Annahme, dass bestimmte andere Ausdrücke auch wahr sind. Und das folgt vollständig aus der Semantik. Also wenn man sich einmal festgelegt hat, dass es hier um Wertezuweisungen geht und wie eine Wertezuweisung eine bestimmte Formel wahr oder falsch macht, dann ist diese Bedeutung der logischen Schlussfolgerung eine, schon völlig festgelegt. Und man kann tatsächlich logische Konsequenz in sehr, sehr vielen Logiken oder vielleicht, manche würden sagen, in allen Logiken, genauso definieren. Dass man sagt, ja, logische Konsequenz heißt, in allen Fällen, in allen gültigen Fällen, in denen die Prämisse wahr ist, muss auch die Konsequenz wahr sein. Die Logiken unterscheiden sich nur insofern, als dass sie unterschiedliche Fälle betrachten. Ja, wir betrachten die Wertzuweisungen als die möglichen Fälle. Man kann auch was ganz anderes betrachten. Okay, Beispiel für die Logelei. Wir wollen herausfinden, wer lügt. Wir haben schon die Formeln dafür aufgeschrieben und ich bilde jetzt eine Wahrheitswertetabelle. Die Wahrheitswertetabelle ist für drei Propositionen aufgestellt, A, B und C, und hat deshalb acht Zeilen, weil ich alle möglichen Wertzuweisungen für diese drei Propositionen betrachten möchte. Das mache ich systematisch, sehen die erste Spalte 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, die zweite 0, 0, 1, 1, 1 und die dritte 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Auf diese Art stelle ich sicher, dass ich alle Kombinationen von Nullen und Einsen irgendwo in dieser Tabelle habe. Und jetzt kann ich mir abtragen, welchen Wahrheitswert die einzelnen Behauptungen hier jeweils bekommen. Zum Beispiel, wenn alles falsch ist, dann ist diese Äquivalenz diese und auch jene falsch. Wenn A wahr ist und B falsch, dann stimmt es, dass Anna die Wahrheit sagt, genau dann, wenn B lügt. Aber es stimmt nicht, dass B Barbara die Wahrheit sagt, genau dann, wenn Chris lügt. Denn die sind beide auf falsch gesetzt und das widerspricht dieser Behauptung, die wir ja als Teil der Annahme haben. Und so kann man für jede Zeile ausrechnen, was jeweils der Wahrheitswert der verschiedenen Formeln hier ist. Und wir sehen, es gibt in dieser ganzen Tabelle nur eine einzige Zeile, in der alle drei Aussagen stimmen. Und diese Zeile ist die dritte hier. Und jetzt können wir schauen, was da gilt. Anna sagt nicht die Wahrheit. Barbara sagt die Wahrheit. Chris sagt nicht die Wahrheit. Und das ist der einzige mögliche Fall hier. Und wir sehen also, aus der Wahrheit dieser drei Formeln folgt, dass Barbara die Wahrheit sagt. Das ist eine logische Konsequenz. Denn in allen Situationen, in denen all diese drei Behauptungen stimmen, gilt auch, dass Barbara die Wahrheit sagt. Und Anna und Chris lügen. Okay. Gut. So funktioniert also logische Konsequenz. Und so kann man es auch ausrechnen. Man schreibt einfach alle Fälle auf. Das ist natürlich hier sehr bequem bei der Aussagenlogik. Wenn ich Wertzuweisungen betrachte, dann habe ich davon jeweils nur relativ wenige. Also ganz so wenige sind es nicht. Immer noch exponentiell viele. Aber man kann sie alle aufschreiben. Wenn sie, ich zum Beispiel, ich hatte CSS erwähnt, als eine Art Logik. Ja, wenn ich sage, ich würde alle möglichen DOM-Trees, alle möglichen geordneten Bäume, die ein HTML-Dokument ergeben könnte, aufschreiben wollen. Da hätte ich schon Probleme. Ja, da gibt es natürlich keine endliche Menge, sondern unendliche Menge. Und dann muss man sich sehr schlaue Algorithmen ausdenken, um logische Konsequenz zu ermitteln. Denn hier können wir es wirklich dadurch machen, dass wir einfach alle Fälle aufschreiben. Ist allerdings auch nicht die beste und effizienteste Methode, muss man sagen. Aber funktioniert. Okay. Gut. Das ist also das genau eine Modell, was hier alles wahr macht. Hatte ich gerade schon erklärt. Und damit bekomme ich dann diese ganzen logischen Konsequenzen. Hatte schon erwähnt, welche das sind. Nicht A ist wahr, also Anna lügt. Nicht C ist auch wahr, Chris lügt ebenfalls. Sehen wir sofort. Wir sehen auch, andere zusammengesetzte Dinge folgen. Also zum Beispiel nicht A und nicht C gilt offenbar auch, wenn diese beiden Dinge wahr sind. Barbara sagt die Wahrheit. Es gelten aber auch noch viel mehr Dinge. Auch Dinge, die hier nicht vorkommen. Wenn ich noch eine Proposition D habe zum Beispiel, dann ist auch sicherlich die Aussage D oder nicht D wahr. Wenn Sie das nicht glauben, können Sie einfach D in diese Tabelle mit aufnehmen. Und die einen Wahrheitswert von D oder nicht D überall abtragen. Dann werden Sie sehen, dass der auch auf 1 steht für diesen Fall. Wie eben für auch alle anderen Fälle. Es ist einfach eine Aussage, eine Formel, die immer wahr sein wird. Und dementsprechend auch logische Konsequenz ist von allen möglichen Formelmengen. Aber keine sehr interessante natürlich. Okay. Das sind also die logischen Konsequenzen. Wir sehen sehr viele logische Konsequenzen, die wir natürlich im Wesentlichen auch mithilfe der Wahrheitswerttabelle noch ein bisschen besser abtragen können. Also ich könnte auch für nicht A und nicht C hier eine Spalte anlegen. Dann würde ich sehen, dass auch hier in der Spalte 1 steht. Und auf die Art also das noch ein bisschen expliziter erkennen. Vielleicht. Aber ich glaube, wir können es auch so ablesen. Okay. Gut. Das ist also die Logelei. Und jetzt wissen wir, wer lügt. Das bringt uns noch zu einem letzten Satz von Begrifflichkeiten, die in der Logik eine große Rolle spielen. Ich hatte es gerade ja schon erwähnt. D oder nicht D ist eine ziemlich langweilige Formel, denn sie ist immer wahr. Und die Tatsache oder diese Eigenschaft, immer wahr zu sein, die nennt man in der Logik allgemeingültig. Und eine solche Formel wird auch als Tautologie bezeichnet. Allgemeingültig ist also eine Formel, wenn alle Wertzuweisungen Modelle für die Formel sind. Sie kann nicht falsch werden. Das Gegenteil davon ist unerfüllbar oder auch inkonsistent. Das ist eine Formel, die keine Modelle hat. Also das heißt, jede Wertzuweisung macht sie falsch. Oder auch ihre Negation ist eine Tautologie. Es gibt noch zwei andere Begriffe, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist der Begriff der Erfüllbarkeit. Der ist, den nennt man auch konsistent. Eine Formel ist also konsistent, wenn sie überhaupt Modelle hat. Erfüllbar ist vielleicht der naheliegendere Ausdruck. Ja, sie ist erfüllbar, wenn irgendeine Wertzuweisung sie erfüllt. Und sie ist widerlegbar, wenn irgendeine Wertzuweisung sie widerlegt. Das heißt, wenn sie nicht allgemeingültig ist. Genauso wie erfüllbar das Gegenteil von unerfüllbar ist in dem Sinne. Ich hatte gerade gesagt, allgemeingültiges Gegenteil von unerfüllbar, das ist eigentlich weniger korrekt. Also diese Dinge sind jeweils Gegenteile. Aber eine Formel ist dennoch allgemeingültig, wenn ihre Negation unerfüllbar ist. Also über die Negation kommen wir dann zu dem jeweils anderen. Wir sehen auch noch ein paar andere Beziehungen. Wenn etwas allgemeingültig ist, dann ist es natürlich auch erfüllbar. Wenn es immer erfüllt ist, ist es auch irgendwo erfüllt. Wenn etwas unerfüllbar ist, dann ist es natürlich auch widerlegbar. Ja, okay. Gut, das kann man für Formeln definieren, das kann man auch für ganze Mengen von Formeln definieren, mit genau der gleichen Bedeutung. Ein paar Beispiele. P und nicht P ist unerfüllbar. Das ist eine einfache, unerfüllbare Aussage. Und damit auch widerlegbar. P oder nicht P ist allgemeingültig. Und P und Q ist erfüllbar, aber auch widerlegbar. Je nachdem, welche Werte P und Q haben. Okay, gut. Gut, das sind also so allgemeine Begriffe, die man in der Logik immer wieder antrifft und die ganz praktisch sind, wenn man sie zur Hand hat. Noch zwei wichtige Beobachtungen dazu, die ganz einfach sind. Ich schreibe es hier als Satz, aber eigentlich ist es kaum mehr als eine kleine Randbemerkung. Erstens, eine allgemeingültige Formel ist logische Konsequenz jeder anderen Formel und Formelmenge. Das hatte ich gerade schon mit erwähnt eigentlich. Und zweitens, eine unerfüllbare Formel oder Formelmenge hat jede andere Formel als logische Konsequenz. Das folgt beides direkt aus der Definition von logischer Konsequenz. Beim ersten hatten wir es im Prinzip schon gesehen. Beim zweiten ist es noch wichtig, dass eine Eigenschaft immer dann für alle Modelle gilt, wenn es überhaupt keine Modelle gibt. Ja, also dann gilt sie einfach für alle Nullmodelle. Das ist also ein besonderer Randfall des universalen Quantors. Also wenn ich allquantor, wenn ich über alle Dinge spreche, dann kann natürlich auch sein, dass diese Gesamtheit Null Dinge enthält und dann ist automatisch für alle diese Dinge alles Beliebige erfüllt. Mit anderen Worten, aus dem Widerspruch folgt alles. Ein allgemeines Gesetz der klassischen Logik aus inkonsistenten Annahmen kann man alles Schlussfolgern. Und das sehen wir ja auch in der Realität allzu oft. Es wird oft behauptet, dass das unintuitiv sei, dass aus Widersprüchen alles folgt. Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Ich glaube sogar, dass wir eigentlich intuitiv das alles schon mal gehört haben. Es gibt ja zum Beispiel im Deutschen die sprichwörtliche Aussage, wenn das stimmt, dann bin ich der Kaiser von China. Und das sagt man in der Regel, wenn man sagen möchte, das stimmt nicht. Was ja auch genau logisch äquivalent ist, da jeder weiß, dass ich nicht der Kaiser von China bin, ist es also eine Implikation der Form, das stimmt impliziert falsch oder eine falsche Aussage. Und daraus folgt, dass das nicht stimmt. Also so logisch ist die deutsche Sprache. Ich wollte schon fast sagen, sind die Deutschen, aber ganz so weit wollen wir nicht gehen. Aber so logisch ist die deutsche Sprache an manchen Stellen. Und damit kommen wir, denke ich, ganz gut klar. Okay. Das war's. Die Semantik der Aussagenlogik ist damit geklärt. Wir haben gelernt, was Wertzuweisungen sind und viele Begriffe kennengelernt. Modell, Erfüllung, Tautologie, Unaufüllbarkeit, logische Konsequenz. Das sortieren Sie am besten alles mal, aber insgesamt ist es nicht sehr kompliziert, wenn man es sich mal vergegenwärtigt hat. Offene Fragen jetzt als nächstes, natürlich aus Sicht der Informatik ist, ist es wirklich die einzige und beste Möglichkeit, logische Schlüsse mithilfe von solchen potenziell riesigen Tabellen zu ziehen? Oder gibt es da vielleicht etwas schlauere Algorithmen? Das wollen wir uns anschauen. Und natürlich auch mit solchen Algorithmen ganz allgemein, wie schwer ist das eigentlich? Ist das eine sehr ineffiziente Sache? Kann man das effizient hinbekommen? Welche Komplexität hat denn das logische Schließen? Wie kann man das überhaupt bestimmen? Und ganz zu guter Letzt, vielleicht schaffen wir auch irgendwann noch ein bisschen den Bogen zurück zu den formalen Sprachen zu schlagen, die wir ja im größten Teil dieser Videoreihe besprochen haben. Das alles in den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.